Nachdenkseiten Die kritische Website Lügt Kanzler Scholz oder Präsident Putin zu Friedensverhandlungen Russland-Ukraine? Von Florian Warwick In dem am 9. Februar veröffentlichten Interview von Tucker Carlson mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, erklärte dieser in einer bisher kaum beachteten Sequenz, dass er Ende März 2022 die russischen Truppen von Kiew aufgrund einer Absprache mit meinen Amtskollegen aus Deutschland und Frankreich abgezogen hätte, als Bedingung für eine endgültige Unterzeichnung der Dokumente für ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Die Nachdenkseiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, ob die Bundesregierung diese Darstellung von Putin bestätigen kann. Ein direktes Zitieren der Aussage Putins verhinderte der Regierungssprecher mit einer fragwürdigen Intervention. Nach den O-Tönen folgen Informationen zum Hintergrund. Dann, Herr Warwick, ich glaube ein anderes Thema. Ich hätte noch eine Frage zu einer Aussage des russischen Präsidenten beim Interview mit Tucker Carlson. Bei Minute 54 zu 24 erklärte Putin, dass er Ende März 2022 die Truppen vor Kiew aufgrund einer Absprache mit seinen Amtskollegen aus Deutschland und Frankreich abgezogen hätte. Als Bedingung für eine endgültige Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens. Da würde mich interessieren, können Sie denn bestätigen bzw. dementieren, dass Bundeskanzler Olaf Scholz gegenüber Putin im März 2022 erklärte, endgültige Unterzeichnung des ausgehandelten Abkommens nur bei Rückzug der Truppen um Kiew? Das kann ich bestätigen, dass das Unsinn ist. Das ist ja jetzt keine Kleinigkeit, deswegen würde ich mir erlauben, ganz kurz das zu zitieren, um das klarzumachen, dass das wirklich so komplett dementiert werden kann. Herr Warwick, Sie versuchen jetzt irgendwie den russischen Präsidenten, ich weiß nicht, ob Sie sich das Interview angeguckt haben, und jetzt greifen Sie eine Sache raus und die glauben Sie? Das geht doch nicht um Glauben, also Sie... Befrag nur, ich habe Ihnen ja schon eine Antwort gegeben, Sie brauchen gar nichts zu zitieren. Zum einen sitzen wir hier, um Sie zu befragen, nicht umgekehrt, und ich würde ganz kurz, und wenn, dann wäre es an sich, dass Moderators mir zu sagen... Aber Herr Warwick, Sie sind doch nicht dafür da, jetzt Putins Propaganda hier in großen Dingen auszubreiten. Sie haben mir doch eine Frage gestellt, auf die ich geantwortet habe, dann müssen Sie mir die Frage danach noch nicht nochmal mal vorlesen. Also Sie sagen... Ich weiß, wofür Sie das brauchen, aber es ist trotzdem so... Nein, das ist ja eine Unterstellung. ...bedingt dafür, dass... Nein, das ist ja eine Unterstellung, sondern ich habe Ihnen doch die Antwort gegeben, Sie haben mich etwas gefragt, ich habe Ihnen die Antwort gegeben. Das heißt, um das nochmal ganz klar zu haben, diese Darstellung von Putin, dass Olaf Scholz und Macron ihm gesagt haben, zieh erst deine Truppen aus Moskau zurück, sonst keine Unterzeichnungen, die gab es in keiner Form, und Olaf Scholz war auch in keiner Form in diese Verhandlungen im Istanbuler Kontext im März 2022 beteiligt. Korrekt. Dazu? Nicht dazu. War ja auch hinreichend unterhaltsam. So, bitte, neues Thema. Hintergrund Putin erklärte in dem am 9. Februar ausgestrahlten Interview ab Minute 5424 im Wortlaut Übersetzung Florian Warwick, Zitat Denn uns wurde vor allem von den Europäern gesagt, dass es notwendig sei, Bedingungen für die endgültige Unterzeichnung der Dokumente zu schaffen. Meine Amtskollegen in Frankreich und Deutschland sagten, Wie können Sie sich vorstellen, dass die Ukrainer einen Vertrag unterschreiben, wenn man ihnen eine Waffe an den Kopf hält? Die russischen Truppen müssen zuvor aus Kiew abgezogen werden. Ich sagte, in Ordnung, und wir zogen die Truppen ab. Zitat Ende Das deutsche Transkript sowie die komplette Übersetzung des Videointerviews finden Sie verlinkt innerhalb des Artikels. Die entsprechende Stelle im übersetzten Video findet sich ab Minute 53 zwei, da die Voransprache von Tucker Carlson weggelassen wurde. Die Antwort von Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Namen des Bundeskanzlers auf meine Frage, ob er die Darstellung des russischen Präsidenten bestätigen oder dementieren kann, fiel unmissverständlich aus. Ich kann bestätigen, dass das Unsinn ist. Korrekt Es stehen sich folglich zwei Aussagen diametral gegenüber. Der russische Präsident, der sagt, es hätte eine Einbindung von Scholz und Macron im Rahmen der Verhandlungen im März 2022 gegeben, verbunden mit dem entsprechenden Zitat. Und Scholz, der via seinem Sprecher erklären lässt, die Darstellung Putins sei kompletter Unsinn. Die Nachdenkseiten haben umgehend nach der Bundespressekonferenz am Mittwoch Presseanfragen an die russische Botschaft sowie auch an die französische Botschaft gestellt mit Bitte um Stellungnahme beziehungsweise im Fall der französischen Botschaft mit der Bitte um Bestätigung oder die Menti der entsprechenden Ausführungen von Putin in Bezug auf Präsident Emmanuel Macron. Der Eingang der Anfragen wurde bestätigt. Eine Antwort wird aber erst in ein paar Tagen zu erwarten sein. Sobald die Antwort vorliegt, werden wir unsere Leser informieren. Bis dahin bleibt nur die Recherche in öffentlich zugänglichen Quellen. Und die deuten zumindest darauf hin, dass das Dementi von Regierungssprecher Steffen Hebelstreit etwas zu schnell erfolgt sein könnte, zumindest in der vorgenommenen Absolutheit. Denn es gibt belegte Aussagen des damaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett, die darauf hindeuten, dass Olaf Scholz sehr wohl in den Verhandlungsprozess eingebunden war. Bennett war gleich zu Beginn des Krieges vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gebeten worden, als Vermittler zwischen ihm und Putin zu agieren. Ziel war der Abschluss eines Waffenstillstandsabkommens. Knapp ein Jahr danach, im Februar 2023, sprach Bennett erstmals öffentlich über seine Verhandlungsbemühungen im Februar, März 2022 in einem Videointerview, ebenfalls verlinkt innerhalb des Artikels. Laut seiner dortigen Darstellung war ein Waffenstillstand in greifbarer Nähe gewesen. Beide Seiten, sowohl Russland wie die Ukraine, seien zu erheblichen Zugeständnissen bereit gewesen. Wortwörtlich sagte er unter anderem, Doch hätten, so der ehemalige Premier weiter, vor allem Großbritannien und die USA im weiteren Verlauf den Prozess beendet und auf eine Fortsetzung des Krieges gesetzt. Wirklich relevant sind im Zusammenhang des Dementis, des Kanzlersprechers in der Bundespressekonferenz, aber die Verweise von Bennett auf die Rolle von Deutschland und Frankreich bei seinen Verhandlungen hinter den Kulissen. Eine ausführliche Darstellung der Aussagen des ehemaligen israelischen Premiers findet sich in einem Beitrag der Berliner Zeitung vom 6. Februar 2023 mit dem Titel Naftali Bennett wollte den Frieden zwischen Ukraine und Russland. Wer hat blockiert? Dort hieß es unter anderem, Bennett flog daraufhin zunächst nach Deutschland, um mit Bundeskanzler Scholz zu sprechen. Anschließend unterrichtete er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den britischen Premier Boris Johnson sowie die amerikanische Regierung. Boris Johnson habe damals die aggressive Position vertreten, dass man Putin weiter bekämpfen müsse, wogegen Scholz und Macron eher pragmatisch eingestellt waren. In der US-Regierung seien beide Positionen vertreten gewesen. Zitat Ende. Schaut man sich das verlinkte Video an, findet man all diese Aussagen bestätigt. Bennett führt ab dem Zeitstempel 2 Stunden 54 Minuten und 42 Sekunden zum Beispiel aus, wie er nach den Verhandlungen mit Putin im Kreml direkt nach Deutschland geflogen sei und sich dort mit Scholz und dessen Sicherheitsberater getroffen hätte. Im weiteren Verlauf erklärt der ehemalige israelische Premier dann noch, ich habe meine Verhandlungsbemühungen bis ins kleinste Detail mit den USA, Deutschland und Frankreich abgestimmt. Zudem verweist Bennett mehrmals im Interview darauf, dass er alle seine Schritte und Gespräche und wohl auch die Treffen mit Scholz protokolliert habe. Es lässt sich basierend auf den Aussagen von Bennett festhalten, dass zumindest die Darstellung von Regierungssprecher Hebestreit auf meine zweite Nachfrage, ob Olaf Scholz bei den Verhandlungen im März 2022 wirklich keinerlei Rolle gespielt habe, so nicht haltbar sind. Außer die Bundesregierung sagt, sowohl Bennett als auch Putin würden bezüglich der Rolle und Einbindung des Kanzlers in die Verhandlungen lügen. Zudem gibt es einen weiteren Aspekt, der die Art des Dementis-Hebestreits im Namen der Bundesregierung infrage stellen könnte. Bennett hat nachweislich direkt mit Zelensky und Putin verhandelt und all dies nach eigener Darstellung bis ins kleinste Detail mit Scholz und Macron abgestimmt. Es ist daher nicht per se als Option auszuschließen, dass das von Putin seinen Amtskollegen zugesprochene Zitat, Forderung nach Abzug der russischen Truppen um Kiew als Vorbedingung für Unterzeichnung, tatsächlich so im Konsultationsprozess zwischen Macron, Scholz und Bennett gefallen und von Letzterem an Putin übermittelt wurde. Zudem verliefen die Gespräche nach Darstellung von Bennett direkt zwischen ihm und Scholz sowie dessen Sicherheitsberater Jens Plötner. Es ist eher unwahrscheinlich, dass auch Hebestreit bei Gesprächen auf diesem Geheimlevel mit anwesend war. Es bliebe also noch die Option, dass hier Hebestreit voreilig dementierte, ohne zuvor das Thema mit seinem Chef konsultiert zu haben. Insgesamt bleiben derzeit folgende Optionen auf dem Tisch. 1. Putin hat gelogen. 2. Scholz hat gelogen. 3. Putin macht den beiden und hat Scholz mit Altkanzler Gerhard Schröder verwechselt, welcher Putin für Vermittlungsgespräche Anfang März 2022 aufgesucht hatte. 24. Kanzler Scholz hat die fragliche Aussage, so wie von Putin zitiert, getroffen, es allerdings bedingt durch seine bekannte Gedächtnisschwäche, siehe Cum-Ex, wieder vergessen. 5. Es war ganz anders. Die Lösung des Geheimnisses liegt wohl in der Offenlegung der mit großer Sicherheit existierenden Gesprächsprotokolle auf russischer, deutscher, französischer und israelischer Seite. Warten wir zunächst ab, was die russische und französische Botschaft auf die Presseanfrage der Nachdenkseiten antworten werden. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020